das hier ist der prince exo 3 rebel 98 wie der name sagt 98er kopf das ganze ding wiegt 300 gramm unbeseitigt hat eine balance von 32 0 und ein spin-freundliches seitenbild von 16x20 insgesamt ist das ein ziemliches energiebündel das eine menge power allerdings auch gute längenkontrolle bietet insgesamt das spielgefühl ist sehr offen und sehr knackig meiner meinung nach mitgeliefert wird hier wie bei den meisten prinz modellen ein kleiner dämpfer dazu kommt der schläger auch noch von werk aus beseitet und es gibt ein schlägerbeutel mit rucksackfunktion